Hey Leute, ich bin's Loco und heute sind wir einfach mal in Notruf Hamburg unterwegs und wir gucken uns einfach mal so an, was in meiner City hier so angeht in Notruf Hamburg, Leute. Ihr gehört, hier wird ganz viel Schabernack getrieben, Leute, dem muss ich erstmal auf den Grund gehen. Ich wechsle jetzt auf den öffentlichen Server und währenddessen will ich, dass du meinen Kanal abonnierst. Jetzt natürlich viel Spaß beim Video. Direkt ist hier ein Traktor und natürlich Nachtmorgen. Es ist morgen. Nice, Leute, es wird Mittag. Ich höre schon Schüsse, was geht denn hier ab da hinten? Private, 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 hier ist ja... Oh, hier wird geschossen. Oh, da hat sich einer ausgelockt, Leute. Warum lockt er sich denn aus? Loco ist ein... Wir sind heute Newsreporter, Leute. Wir berichten, was in Notruf Hamburg so abgeht. Hallo. Guten Tag. Ich bin Taser. Ich weiß ja nicht, ob sie hier sicher sind, ja? Ich fahr mal weiter. Tschüss, tschüss. Leute, ich glaube, ich besorgen mir noch eine Kamera dafür. Moment. So, Leute, seht ihr das? Wir sind jetzt Loco, der Newsreporter. Wir haben hier überall Kameras drauf. So, hinten an der Schulter. Guten Tag. Wir filmen alles. Sie sind mit in den News hier in Notruf Hamburg. Sie laufen im Fernsehen. Was haben sie hier vor? Haben sie heute schon die Bank ausgeraukt? Guten Tag, Sir. Haben sie heute schon die Bank ausgeraukt? Sie ist die Polizist. Beschützen sie die Bank. Hm? Ich glaube nicht. Oh, da hinten geht auch Action ab, Leute. Wir müssen in unser Lambo steigen. Da hinten ist auch was los. Uh. Oh. Okay. Da flüchten welche. Ich glaube, ich will lieber zu dem. Der flüchtet. Im BMW. Oh Gott. Oh nein, ich wusste irgendwie, dass das passiert. Oh, da ist der Lambo. Äh, ich bin der Lambo. Er hat dieselbe Formel. Leute, was ist hier los? Zweite BW. Ah, Polizei, Polizei. Er ist Richtung ADAC gefahren. Also... Oh, Leute. Eine Verfolgungsjagd. Wir schauen mal. Er ist Richtung ADAC gefahren, Leute. Wird geschrieben und geblitzt. Kein Stern. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Uiuiuiui, Leute. Hm, ja. Okay, weiter geht's. Mio. Richtung ADAC, wie sagen die? Wir fahren auch Richtung ADAC. Mio. Obwohl wir tatsächlich ausnahmsweise mal nicht hinmüssten. Aber wir machen es mal, Leute. Schadet vielleicht auch nicht, mir eine neue Farbe zu nehmen. Blau auch wieder cool aussieht. Aber wir gucken gleich mal. So. Schwarz, blau, lila, rot. Rot sieht auch nicht schlecht aus. Orange. Maybe orange, grün. Ich glaube, ich bin heute mal grün, Leute. Grüne Lambo auch schick. Und let's go. Oh, da habe ich was gesehen. Der Reporter muss einmal ins Krankenhaus, Leute. Geht was ab? Hier passiert was, Leute. Wir sind Kriminelle. Kurzes Bett legen. Denn in der Zeit beobachten wir da draußen. Drei. Eine Gang, Leute. Was die Gang macht? Die kommt zu mir, glaube ich. Lasst mich in Ruhe. Ihr seid auf Kamera, wenn ihr reinkommt. Ey. Wacht doch, du kannst mich eh nicht treffen. So, Leute. Gleich sind wir wieder voll. Und dann gucken wir erst mal, was da draußen abgeht. Zum Polizisten. Hier ist noch ein Krimineller. Und wir sind voll, Leute. So. Jetzt mal schauen. Ah, ja. Von hinten kommt die Polizei. Ja, 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 ja. Das sind vier Stück. Wo ist denn der Polizistin? Okay. Kein Polizist. No one is here. Aber da sind drei Kriminelle, vier Kriminelle. Die flüchten zum einen Auto. Da ist der Kopf. Jetzt geht weiter. Oh, kommt da ein neuer Kopf? Nee. Sie flüchten. Er hat gesagt, es passiert nichts. Berichtserstattung ist vor Ort. Ist hier mein Auto eingestiegen? Nee, 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 nee. Mein Auto ist nur für Forschungszwecke da. Und? Oh, Polizist ist gefallen. Er hat sich direkt ausgelockt. Da ist der nächste Polizist. Berichtserstattung. Polizist versteckt sich hier hinter. Denkt er jetzt sicher? Oh, ich gehe aus dem Weg. Darauf haben sie volle Sicht auf den... Oh, der liegt auch schon. Nächster Polizist ist gefallen. Er lockt sich nicht direkt aus. Ich höre. Weitere Polizei. Ich muss kurz was trinken. Oh nein. Versteckt mich hier hinter. Er läuft wirklich an mir vorbei. Nee. Okay, aber ich habe ja auch nichts getan, Leute. Wo schießen die denn noch? Wo sind die noch? Active, active. Die abgehauen? Nee, oder? Dahinten sind noch welche auf jeden Fall. Oder sind die K.O. Oh, ich schieße dich auf mein Auto. Ach, das ist eine Person. Tee. Ich dachte schon. Aha. Was bist du? Krimineller? Weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie schon ein Notarzt. Notarzt ist jetzt auch vor Ort, Leute. Es gibt schon zwei, drei Verletzte. Kriminelle habe ich immer noch drin herumlaufen sehen. Sie flüchten auf die andere Seite, glaube ich aber. Da ist einer. Da flüchtet ein Krimineller, Leute. Wo sind die anderen? Wo ist der Rest? Ist der Rest erledigt worden? Wohin laufen diese Personen? Sollten wir das herausfinden? Ich meine, ohne diese Kriminellen löst sich das hier ja eh auf. Wir finden raus, wo die Kriminellen hinwollen. Vielleicht verstecken die Beute. Okay, okay, Leute. Uninteressant. Der hat sich nur ausgelockt. Weiter geht's. Wir fahren mal wieder zu bangen. Mal gucken, ob da irgendwas passiert. Oh, der Newsreporter hat einen heftigen Unfall gebaut. Aber hier vorne geht auch was ab, Leute. Was ist denn hier los? Oh, jemand ist gestorben. Notarzt ist aber schon da. Judith holt schon die Person hoch. Aber wie es aussieht, wird dieser auch direkt verhaftet. Das war ein Krimineller. Der Kriminelle wird verhaftet. Kommt jetzt ins Gefängnis, Leute. Der Notarzt hat eigentlich seinen Job noch gar nicht ganz erledigt. Wird aber jetzt schon zurückberufen. Wir sehen uns das alles im Gefängnis an. So, Leute. Da sitze ich. Und jetzt wartet wir ab, bis hier der Kollege verhaftet wird. Jetzt gucken wir uns aus der ersten Reihe an. Oh, ich höre diese Reden schon, Leute. Ich habe ein höheres Gefühl, hier kommt keiner mehr. Oh, es ist jemand gestorben, Leute. Oh, no. Okay, Berichtserstellung geht woanders weiter. Vielleicht hat er sich ausgelockt. Was ist hier passiert, ne? Das sind Autos aber, glaube ich, noch hier. Ich habe zumindest vermutet, dass es eins war. Was haben die mit denen angestellt? Was ist noch Polizei? Ist er das? Verfolgt den mal wieder. Schreibt er. Nichts, was ich lesen kann, Leute. Wir sind, glaube ich, nicht auf dem deutschen Server gelandet. Es sind tatsächlich... Oh mein Gott, Leute. Ich versuche, den zu retten. Der Newsreporter mischt sich ein. Der Newsreporter mischt sich ein, Leute. Vielleicht hat er danach noch eine Chance. Aber es sieht sogar aus wie der, den ich gucken wollte, wie er sich in erster Reihe... Oh, er hat sich ausgelockt. Er hat sich ausgelockt, Leute. Okay, so habt ihr es wenigstens gesehen, wie er weg ist. War nicht sein Auto übrigens. Sein Auto ist doch hier. Ich höre da hinten bei der Polizeistation. Aber schon wieder Schüsse. Der Reporter ist wieder mit als erster am Start. Ein Polizist ist schon am Tod. Der Kollege hier ist auch wieder am Start. Und da hinten, Leute. Seht ihr das? Da hinten. Wir fahren hin und gucken uns das näher an. Help! Oh, zweiter ist K.O. Zwei, drei Polizisten liegen hier schon. Da liegt auch noch einer. Keine Sorge. Ich bin nur ein Newsreporter. Keine Sorge. Oh, da vorne kommt aber Polizei. Oh, nee, nee. Keine Sorge. Ich bin nur ein Polizeireporter. Berichte über das, was hier passiert. Und dass es nichts Gutes ist. Oh Gott, Leute. Oh, ich werde hier auch überfahren, angefahren. Mehrere Schüsse fallen. Ist hier noch kein weiter. Oh, der Schläger kommt raus. Er hat den. Er hat den. Da kommt noch ein Krimineller. Der ist sogar fast K.O. Er holt alle. Oh Gott, Leute. Da ist noch ein weiterer Polizist. Jetzt wird es aber eng. Wir leben hat er ja nicht mehr. Aber er. Bam. Erledigt. Er ist hier. Marco. Markus ist auch am Start, Leute. Markus ist hier auch am Start. Help, help, help. Ja, Leute. Der Notarzt, der hat viel zu tun. Aber es geht hier weiter. Ein Polizist lebt auch wieder. Ist gerade in ein Auto gehüpft, glaube ich. Da läuft er raus. Mit dem Taserland. Und von der Seite. Nee. Ja, 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 ja. Der andere lebt auch. Wird aber auch erledigt. Sie werden. Sie holen sich alle neue Munition. Ja, Leute. Die haben die Polizei erledigt. Polizei hat verloren. Das war es mit diesen Leuten. Fällt er nicht um. Tee. Okay, Leute. Ich schalte wieder ein, wenn was mehr passiert. Oh, sie wird wieder geschossen. Der nächste Polizist ist wieder down. Ich höre aber noch woanders, die Reden. Wir gucken uns das mal woanders an. So, Leute. Wir müssen uns da mal kurz durchbogeln. Was geht denn hier hinten noch ab? Das ist eine Verfolgungsjagd. Wir wollen die alle nur zu dem Punkt. Äh. Ich habe einen Sniper-Schuss gehört. Snipe denn hier jemand, Leute? Der Reporter muss es jetzt doch als erstes wissen hier. Boah, hier ist alle, alle Polizisten wieder K.O. Ich höre sie die ganze Zeit die Kirchenglocke. Es liegt daran, dass jedes Mal einer abgeknallt wird hier. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Komm auf den neuen Server und gleich locken. Locken die Leute. Läutet die Glocke, Leute. Oh Gott, schwierig. Wir müssen direkt rausfinden, wo hier Action abgeht. Und suchen das auch direkt mal. Wir schauen erst mal bei der Bank vorbei. Da habe ich auf jeden Fall schon hupen gehört. Da fällt auch jemand raus. Wir werden geblitzt. Ist nicht schlimm. Wir dürfen bloß nicht gesucht werden, weil wir zu schnell, schnell fahren. Oh. Lass mich da kurz rein. Ne, dann hänge ich fest. Dann komme ich hier wieder raus. Ich höre aber hier vorne schon wieder Schüsse. Was geht denn hier ab? Huiuiui. Don't hit me, please. Also, die Polizeirevier wird wieder infiltriert. Aber er flüchtet. Oh, da ist wieder jemand K.O. gegangen. Aber wo? Wo, Leute, wo? Nee, und wir überholen den mal. Oh, und wieder geblitzt. Oh, no, 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 no. Aus dem Weg. Jetzt ärgern wir den mal. Was soll das? Okay, Leute. Das Auto war kaputt. Ich verstehe. Okay, Leute, auch als Newsreport. Polizeiauto wird von ADAC abgeschleppt. Mitten auf der Straße nach Unfall. Total Schaden. ADAC bringt es zum Schrottplatz. Und man sieht es davon fahren. Oh, da hinten sehe ich doch. Direkt Kriminelle. Leute, ich bin ein bisschen erkältet. Ich glaube, ich bin erkältet. Ich bin aber ein bisschen kränklich. Hier sehen wir doch zwei, die Schabernack treiben. In ihrem Mercedes. Ey. Ey. Direkt als erster Berichterstattung hier. Juwelier wird ausgeraubt. Wurde ausgeraubt. Oh mein Gott. Hier ist ja sogar noch Versachen, Leute. Wenn die hier niemand abholt. Hey, stopp. Äh. Schreibt es sogar. Lass mich frei. Oh mein Gott. Er klaut sich jetzt die. Ne, ist klar. Leute, ich bin aber nur Berichtserstatter. Ihr seht, hier ist Safe Place. Klaut hier die Sachen. Oh. Und jetzt flüchtet er. Ei, 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 ei. Safe Place wurde alleine gelassen, Leute. Ich dachte, er kann mit dem Polizisten kooperieren. Aber nee. Die lassen ihn einfach in Stich. Und jetzt jagt er die andere Polizei. Und hat ihn auch bekommen. Sehr gut. Oh. Erste Hand. Der wird ins Gefängnis gebracht. Da bin ich mir sicher. Das kommt davon, Leute. Mir wäre es ähnlich passiert, hätte ich das genommen. Oh, da ist auch schon wieder die nächste Verhaftung von irgendwem. Guck uns das als erstes Lied hier an. Hey. Ah. Ab in. Für die besten Freunde trotzdem im Knast stecken. Ja, das stimmt. Ich auch. Und auch er. Zack. Ab in den Knast mit dir. So, Leute. Das war auch das heutige Video von Loco News. Loco News in Notruf, Habenburg. Würde mich riesig freuen. Würde mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und schaut in die Beschreibung generell. Da findet ihr coolen Loco-Merch. Würde mich auch freuen, wenn ihr den kauft. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss.